Royal Family Life, Prinz Harrys wahrer Grund für die Veröffentlichung königlicher Geheimnisse enthüllt. Eine Quelle aus Sussex hat behauptet, dass sich eine wichtige Sache ändern könnte, wenn die Sicherheitsbedürfnisse des Herzogs erfüllt würden. Eine Quelle aus Sussex hat Berichten zufolge den wahren Grund ans Licht gebracht, warum Prinz Harry zuvor beschlossen hat, private königliche Details preiszugeben. Seit seinem Rücktritt als hochrangiges Mitglied des Königshauses im Jahr 2020 hat der 39-jährige Herzog das Recht auf Personenschutz im Vereinigten Königreich verloren. Aber er und seine Frau Magan Makele haben in Interviews und dem berüchtigten Buch des Prinzen, Spare, auch seltene Einblicke in das Leben hinter den Palastmauern gegeben. Da Berichte darauf hindeuten, dass der Herzog von Sussex eine mögliche Rückkehr ins Vereinigte Königreich ins Auge fassen könnte, haben die Leute schon lange vorgeschlagen, dass Harry und Meghan das Thema des Ausplauderns fallen lassen sollten, um das Vertrauen zu König Charles und Prinz William wiederherzustellen. Eine Quelle aus dem Lager der Sussex sagte dem People-Magazin jedoch, die Sussex würden ihren Kurs ändern und aufhören, private Details preiszugeben, wenn ihre Sicherheit im Vereinigten Königreich wiederhergestellt wäre. Freunde behaupteten auch, Meghan wolle, dass Harry seine Klage gegen das Innenministerium wegen dessen Entscheidung, ihm in Großbritannien keinen Schutz zu gewähren, aufgibt. Prinz Harry und Meghan leben jetzt mit ihren beiden Kindern, dem 5-jährigen Prinz Archie und der 3-jährigen Prinzessin Lilibet, in den USA. Verоротoureden slipperyen одним Mal intimennt alles zuповernします. Nachdem derひ Beni ausperren Hansen und gerıma Verloc clicke in den USA.